Ist das ein spezieller Einsatz für Sie? Ja, eigentlich schon. Das macht man einmal pro Jahr. Dabei fliegen wir dann auch andere Bäume das ganze Jahr durch. Aber es ist Christbaum und es kommt dann auch ein spezielles Ort an. Dieses Jahr ist er ja näher als auch schon andere Jahre. Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ja, es ist schon lieber, wenn man nicht zu weit fliegen mit den Lasten. Vor allem hier in der Stadt und über die Häuser und so. Wir müssen auch spezielle Routen einhalten. Was wir jetzt noch nicht sicher sind, dass das geht. Weil es ist nebelig und wir müssten hier oben durchfliegen. Und der Christbaum hängt etwa 80 Meter unter dem Heli. Und dann muss man sicher sein, dass wir dem Heli nicht im Nebel sind. Das geht das nicht. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis es noch mehr auflöst. Aber das sehen wir dann.